Wenn ihr mal zu einem richtigen Ritteressen gehen wollt, dann empfehle ich euch das Trees in Slima. Da könnt ihr für 25 Euro so viel essen und trinken, wie ihr wollt. Habt ihr also Vorspeise, Hauptgericht und so weiter mit dabei. Ist also einfach unglaublich. Wird von einem Deutschen betrieben und ist relativ oft voll. Also wenn es so eine Party ist wie die, müsst ihr am besten vorreservieren. Es ist meistens Freitag oder Samstag. Unter der Woche findet ihr immer mehr Platz. Ist ziemlich leicht zu finden. Da ist übrigens der Besitzergerät, der serviert. Ist sehr, sehr leicht zu finden. In Slima vom Marktplatz geht die Straße hoch Richtung Polizei. Die Straße heißt manuell Dimmeck Street. Also fragt einfach nach Slima Police Station. Dann läuft der direkt dran vorbei. Könnt also nicht verfehlen. Ist draußen eine Deutschlandfahne dran. Schon viel Spaß und einen guten Appetit.